Etwa 30% der über 65-Jährigen, selbstständig lebenden Personen stürzen mindestens einmal pro Jahr. In der Situation des Sturzes sind die Betroffenen meistens vollkommen hilflos. Unsere Lösung für dieses Problem heißt SmartBit. SmartBit ist unsere Lösung für einen berührungssensitiven Teppich, welcher Stürze erkennen kann. Wird ein Sturz erkannt, sendet der Teppich automatisch einen Notruf an eine Servicestelle. Diese sendet dann entsprechend der Situation einen Arzt oder Pfleger, um der geschädigten Person zu helfen. Zusätzlich zum Sturz-Szenario erkennt das System, wenn sich der Anwender unwohl fühlt. Beginnt er zu taumeln, sendet SmartBit ebenfalls einen Notruf an die Servicezentrale, welche den Zustand bewertet und entsprechend der Situation Hilfe zum Anwender sendet. Beide Szenarien werden vom Teppich anhand der gedrückten Fläche auf dem Teppich erkannt. Während beim Sturz-Szenario eine große Fläche aneinanderhängende Module gleichzeitig gedrückt werden muss, aktiviert sich der Tommel-Notruf, wenn der Anwender am Rand des Teppichs entlangläuft. Der in beiden Fällen ausgelöste Notruf wird vom Serviceteam über das SmartBit Center empfangen. Im SmartBit Center stehen Informationen über den Patienten wie die Adresse und das Alter. Zusätzlich werden hier Informationen bezüglich des aktuellen Zustands des Anwenders für das Serviceteam zugänglich gemacht, damit erörter werden kann, ob der Patient einen Notarzt benötigt oder lediglich ein Pfleger vorbeischauen soll. Als weitere Funktion beinhaltet SmartBit eine automatische Lichtsteuerung. Betritt eine Person den Teppich, wird Druck auf die Sensoren ausgeübt, woran das System erkennt, dass sich jemand im Raum befindet. In diesem Fall wird das Licht im jeweiligen Raum angeschalten. Verlässt die Person den Raum, wird das Licht auch automatisch wieder ausgeschalten.